Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Super Mario Sunshine. Ich habe die 30. Münze gefunden. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass sie so gemein ist. Ich habe einen zweiten Guide gefunden, der mir was erzählt von wegen Regier in das Zimmer mit dem Dolphic-Bild. Rede mit dem Typ und spritz random herum, um nochmal eine zu erhalten. Ja, nee, ist klar. Eine beste Beschreibung aller Zeiten. Wo war sie? Sie war hier drin. Ich habe es leider nicht zeigen können, weil ich so damit nicht gerechnet hatte, dass sie da rauskommt. Und ich stand dummerweise genau hier. Und hier ist sie halt auch hingefallen. Deswegen haben wir jetzt nicht gesehen, wie ich sie eingesammelt habe. Wie gesagt, ich habe hier hingespritzt und dann, ne, ja. Damit ist es geschafft. Die erste Welt hat alle 30 Münzen, alle 30 blauen. Gut. Das bedeutet, ich kann den Kurs verlassen. Unsere nächsten Ziele sind die 100 und, äh, und die zweite Geheime. Oh, Story 2 habe ich gehabt. Story 4. Achso, lol. Da war ich ja schon gewesen. Ich hätte einfach weitergehen können. Na, egal. Ähm, also Story 4, beziehungsweise Level 4 nenne ich es immer. Das hier. Im Casino der zweite Level, das ist auch ein roter Münzlevel. Wobei ich die Hoffnung habe, ich habe den ja schon mit, also ohne Dreckweg schon relativ gut geschafft. Ich habe die Hoffnung, dass ich ihn mit auch gut schaffen würde. Aber ganz ehrlich, diese letzte blaue Münze hätte ich niemals gefunden. Einfach random ein Regal anspritzen. Ohne, dass es irgendeinen Hinweis gibt. Ja, ja, ja. Alles gut. Und dann noch die 100 roten Münzen, das ist alles gut. Hier bin ich falsch. Und jetzt noch 100 Münzen, dann habe ich Lido Sirene auf 100%. Dann habe ich auch Lido Sirene auf 100%. Dann habe ich die letzten drei Welten auf 100%. Ja, wobei nicht ganz und gar. Egal. Passt. Passt. Eins geschafft. Jetzt kommt wieder der Spaß-Level. Nein. Fuck. Wie als erstes genau der letzte Dreck kommt. Nein. 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 Ich kann verstehen, warum Speedrunner diesen Level nicht mögen. Das nervt ja mal Ultra, ey. Ja, es ist mir egal. Och, Junge. Ich will die fucking 7. Vielleicht hilft das ja. Nein, es hilft nicht. Man kriegt stattdessen Müll. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Ich will nicht dich. Alter. So. Jetzt einmal den hier spaßeshalber durchmachen und in den Level rein. Nein. Ja, natürlich. Das obere von beiden ist das, wo nervt. Nein. Ja. Hallo. Kann hier auch mal was umgedreht werden? Oh Gott, ist das nervig, ey. Wow. Man muss nur mal richtig heulen, dann schon hält das dumme Dreckst in seine Klappe. Hallo. 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 Jetzt dreht sich wieder nichts. Ne, ja, ja. Okay. Das ist ultra nervig. Nein. 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 Danke. Okay. Holy fuck, ey. Alter. So. Gut. Jetzt kommt der spaßige Teil. Ich weiß, dass hier oben eine ist. Ach. Ich weiß nicht, wo sie alle sind. Ich hab nicht die... Na, super. Okay. 10 ist es noch machbar. Oh fuck. Digga. Hol dir doch einfach die scheiß fucking Münze. Okay. 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 Ähm. Wo ist die... Äh. Lol, wo ist die letzte? Hä? Wo... Wo ist denn? Warum fehlt immer die letzte? Äh. Okay. Jetzt hilft dir alles nichts. Wo könnte die letzte denn sein? Okay. Okay. Hier sehen sie dumm, Trottel. Okay. Es sieht mir so aus, als ob ich hier eh nicht mehr weiterkomme. Also... Ich kann ja auch suchen, wo die letzte ist von denen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist... 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Wo ist denn die letzte? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ja lol, wo ist denn die letzte? Ah, sie ist wahrscheinlich irgendwo da drin, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass sie da irgendwo drin ist? Boah, das wäre ultra gemein. Wo ist denn die letzte? Lol, was? Ich finde die letzte nicht. Naja. Okay, das ist besser. Da ist noch eine. Ja lol! Jetzt schau dir die doch! Alter! Es war so klar! Er rutscht einfach den Berg hoch! Er ist so ein Held! Er rutscht den Berg hoch! Ihr legt mich doch am Arsch! Alter, wie viel schneller man dieses Level hier einfach spielen kann. Mario, bewegst du dich auch nochmal? Oder ist das jetzt nicht so deins? Mario, hallo, laufen! Dude! How to trigger someone? Na ja, verloren. Verloren! 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 Ich muss ihn dieses Mal erreichen! Ich muss ihn dieses Mal erreichen! Es ist genau so getimed, dass man... Oh shit! Huiuiui! Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Nein! Nein! Mario, du... ...verloren. Ich will ihn sterben! Ich hasse ein Leben! Ich Super Mario! Deprimut! Aber wie soll ich das... ...wieso ist der Block dieses Mal anders gefahren als sonst immer? Normalerweise hätte der weiter hinten sein müssen, so wie die letzten Male. Jetzt wäre er richtig gewesen, du Trottel. Jetzt wäre er fucking richtig gewesen, du blöder Trottel! Ja, jetzt ist eh vorbei. Ja. Jetzt ist eh vorbei. Geh sterben! Geh sterben! Du bist schuld, du bist schuld! Also stirbt dafür auch! Der Held hat zu sterben, wenn er es nicht kann! Damit ein neuer geboren werden kann, der was kann! So, ich bete für dich, dass du was kannst! Guck, jetzt... Jetzt hat es wieder gepasst! Hä? So, warten. Ach, scheiße. Okay. Gerettet. Oh, das wird jetzt knapp. Oh Gott! Das kann ja gar nicht... Kamera! Hallo! Oh, fuck! Oh Gott! Mario! Seitwärtssprung! Danke! Ich hab dich besiegt! Ich hab dich besiegt, du Loser! Oh Gott! Oh Gott! Ja, ja, mach doch was! Ich komm drüber und... Bye, bye! Bye, bye! Level geschafft! Scheißegal! Egal! War jetzt nicht so extrem schwer, außer man heißt Super Mario! Depressivo-Modus! Dann ist es super schwer! Und jetzt kommt der letzte schreckliche Teil, jetzt kommen die 100 Münzen! Dann hab ich diese Welt endlich auch fertig, ey! Alter! Hier! Hier! Ich hab auch was geschafft! In meinem Leben! Einmal! Es fehlt nur noch und ausschließlich die Insignie für die 100 Münzen! Dann hab ich die letzten drei Welten alle geschafft! Okay! Und weil es so schön war, angeblich schafft man die am besten! Ratet mal wo! Da! Schon wieder! Schon wieder dort! Man hat dort wohl angeblich alles, was man braucht! Ja, komm! Ist mir egal! So! Ich hoffe, dass das nicht so lange dauert wie ein Bayer-Parodiso! Das wär ultra nervig! Hallo? Mario, nimm dir die fucking Münze! Nimm dir die andere fucking Münze! Mario! Nimm dir die fucking Münze! 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 Hm, da sind natürlich keine drauf, weil... Warum auch? Alter! So! Gut, jeder von denen hat eine! Also, du hast keine, weil du eine blaue gewesen wärst! Aber du wurdest keine blaue, deswegen... Oh wait! Das mach ich nicht! Das ist mir zu riskant! Die fällt garantiert nicht runter! Ah, fuck! Gerade wenn du denkst, das klappt, klappt es natürlich nicht! Pretty sure! Die hier fällt nicht runter! Ja! Natürlich fällt die nicht runter! Das wäre ultra nervig gewesen! Die hätte ich verloren! Gut! That's it! Für außen! Heißt, jetzt geht's rein! Ich rede doch mit ihm! Was ist denn los? Eieieiei! Eieiei! 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 Ich mach erstmal die Fackeln! Eieiei! 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 Hä, wieso ist da keiner zu kriegen? Lol, was? Müsstest du nicht auch einer haben? Ja, genau. Versteck dich vor mir, ey. Ja, hast du es bald. So. Vier. Zwei. Drei. Dreißig. Na. Ich hoffe sehr, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sprich gut. Okay. Damit habe ich alles in diesem Stockwerk. Dann hier drei. Zack. Das ist so bescheuert mit dieser Kamera, ey. Kann ich da rein? Ja, kann ich. Habe ich irgendwo eine? Ne. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich eine übersehen haben hätte sollen. Daher. Habe ich mir einfach noch die drei. Dann habe ich 52. Yay. Ein Leben. Keiner weiß wieso, aber ich habe es mir auch nicht verdient. Aber egal. Okay, passt. So, sechs Stück sind wir auf 58. So, nochmal vier sind wir auf 62, sobald ich dort bin. Dich brauche ich nicht töten. Das habe ich beim Blaue Münzen suchen oft genug probiert. Der hat nichts mehr. Der hat nichts mehr. Der stirbt einfach nur. Der hat keinerlei Belohnung für uns, wenn wir ihn töten. Sehr ärgerlich. So, okay, okay. Dude, ey. Bin ich froh, wenn Lido Sirena rum ist. An sich echt eine schöne Map, aber irgendwie hatte ich die nicht so nervig in Erinnerung. So, 66. Drei kriege ich dann noch, ne? Oder hat es dir doch was? Nein, der hatte nichts. Außer Schmerzen für mich. Vier Stück sind wir auf 70. Okay. Die Hoffnung ist, dass ich... ...in einem dieser Räume hier das finde, was ich suche. Nämlich mehr Münzen. Ah, das sieht doch gut aus. So, wie war das? Die Regale haben jetzt noch zwei. Und wie gesagt, hier. Dieses Ding besprühen, dann kommt da random eine blaue Münze raus. Dolphigraum. Okay. Bis hierhin war das doch relativ easy zu bewältigen. Habe ich hier auch noch was irgendwo? Ich glaube, die befürchtet, dass ich da nicht mehr hochkomme, wenn ich da durchspringe. Und hier gibt es sechs Münzen. Hornpony. So. Zehn fehlen. Kriege ich hin. Ach, man soll ja auch nie vergessen, die Lampen anzuspritzen. Verdammt, ey. Ich habe vergessen, die Lampen anzuspritzen. Weil angeblich haben die Lampen auch immer was. Ja, das hat ja super funktioniert. 95. Hier muss ich raus. Ja. Okay, mir fehlen fünf Stück. Ich kriege noch fünf. Zack, so. Ja, komm hoch. So. Das ist nur die Frage, wo. Da war ich drin. Den Nächst. Als nächstes würde ich den Raum versuchen. Ich glaube, da ist noch was anderes. Da müssen dann auch nochmal drei oder vier sein, hoffe ich. Ja. Hatschi. Gut. Äh. Ja, genau. Hier war der Glastisch. Das hier kann ich nicht aktivieren. Hier gibt's nix. Na, hier gibt's immerhin nochmal zwei. Wait. Ich muss. Ich hab's. Also erstmal probier ich dich noch. Aber du dürftest... Oh, du hast auch noch eine. Nice. Du bist ja lieb. Zwei Stück. Eines doch bestimmt hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Lampen auch noch welche haben. Aber nicht alle. Eil noch. Bitte gib. Nein. Danke. So. Wunderschöne Animation. Gefällt mir sehr gut. Weiter so. Wow. Und noch bessere Animation, weil man gar nichts sieht. Yay. 100% in Lido Sirena. Ich habe jede Sekunde davon gehasst. Bis auf ein oder zwei. Gut. Sichern und weiter. 52 Insignien sind es jetzt insgesamt drei Level geschafft. Aber... Oder drei Welten. Aber das sind die höchsten Welten. Das ist doch auch nicht schlecht. So. So. Hast du fast gut gemacht, Mario. Damit meine ich, du hast ziemlich scheiße gebaut. Aber egal. Statistisch gesehen... Ist das doch schon mal schön. Das nächste ist der Vergnügungspark. Der wird sich uns antun müssen. Beziehungsweise mal gucken. Plaza de la Palma. Da fehlen uns 17 Stück. Und bei der Paradiso fehlen uns 12. Die werde ich nach und nach auch noch einschieben. Weil, ja. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, wenn ihr weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von... Let's play Super Mario Sunshine. Bis dahin. Servus. MAMMA MIA! MAMMA MIA! MAMMA MIA! Vielen Dank.